Die hier betrachtete Garnrolle ist aus drei parallelen Scheiben aufgebaut. Abhängig davon, unter welchem Winkel am Faden nach rechts gezogen wird, bewegt sich die Garnrolle nach rechts oder auch nach links. Bei geringerem Zugwinkel bewegt sich die Garnrolle brav nach rechts. Wird der Winkel grösser, ändert sich der Drehsinn, sodass sich die Rolle nach links bewegt. Unter einem ganz bestimmten Zugwinkel rollt die Garnrolle nicht mehr auf der Schiene ab, sondern wird nach rechts in Zugrichtung geschleift. Der Abschluss des Experiments bildet das Schleifen der Garnrolle unter einem ganz bestimmten Zugwinkel. Untertitelung des ZDF, 2020